Hallo und willkommen. Ich möchte mal ein bisschen über Apologeten reden. Apologet, das kommt aus dem Griechischen der Verteidiger. Im Englischen wird daraus dann Apologize und ist heute jemand, der den jeweiligen meist Lieblingsgott verteidigt und die unmoralischen und grausamen Taten dieses despotischen Tyrannen entschuldigt und versucht, die runterzuspielen. Wenn ich skeptisch bin, dass es Götter gibt oder gab oder was immer, weil es eben keinerlei Beweise für diese Annahme gibt, was geht in Apologeten wohl vor, dass diese glauben, dass ich, der ich ja nicht glaube, dass es Götter gibt, plötzlich glauben soll, dass ein Bericht, der hunderte Jahre später über eine Person geschrieben wurde, authentisch ist. Wenn dieser Bericht stimmt, dann muss er doch auf Aussagen von dieser Person selber basieren oder Personen oder Dinge, die mit dieser Person irgendwie interagiert oder in Berührung waren. Also Zeitzeugen, Augenzeugen, Korrespondenz, Inschriften, Berichte, Denkmäler, Münzen, Bilder, eben echte Belege, aber doch nicht einen wagen Paragrafen, der Jahrhunderte später verfasst wurde. Und hier geht es eben über das Thema Jesus, eine Person, eine Romanfigur, die im Neuen Testament der Christen und im Koran der Muslime auftaucht. Und wenn es jetzt keine Zeitzeugen gibt, was sollte mich denn dann bewegen, Berichten zu vertrauen, die erst viel, viel später verfasst wurden, die noch dazu eine eine Halbgott-Person beschreiben, ohne richtige Daten, keine Fakten. Und das geht hier nicht über irgendeinen Menschen, so wie du und ich, sondern einen Wunderheiler, der alle Regeln der Biologie, der Chemie und der Physik über den Haufen wirft. Dann kann ich doch auch gleich blind an die Existenz irgendeines Gottes glauben, irgendeines Gottes. Dann brauche ich doch keine Behauptungen von Menschen, die etwas behaupten, was vor langer Zeit passiert ist, ohne Belege zu haben. Das ist doch Irrsinn. Wenn auf einem Tisch drei Bücher liegen, also Tanak, Bibel, Koran, dann kommen, so mal grob eingeteilt, die Gläubigen an diesen Tisch, dann Gelehrte, Skeptiker und schließlich die Apologeten, um die es hier geht. Es sind, in den meisten Fällen, Möchtegern-Gelehrte, die den Skeptikern vorgaukeln, dass sie etwas verstehen von den Skeptikern, von der Wissenschaft und dann der Materie selber, eben einem der drei Bücher. Das ist in der Regel aber leider ein Irrglaube. Gibt es noch mehr Leute oder seid ihr der Meinung, dass, so wie ich bisher irgendwie das so blind geglaubt habe, dass Christen bessere Argumente haben für die Existenz ihres Gottes, samt der beiden Helferlein, der Geist und dieser Halbgott Jesus? Irgendwie hatte ich auch die Vorstellung, dass Christen wesentlich offener umgehen mit Kritik und erheblich ehrlicher sind, als ich es von ihren Kollegen im Islam gewöhnt bin. Ich kenne mich am Christentum nicht so aus und habe mich daher wohl gründlich verschätzt, weil ich mich bisher nicht so sehr mit Christen auseinandergesetzt habe. Naja, ich kann jetzt von ein paar Beispielen nicht aufs große Ganze schließen, aber selbst die wenigen Beispiele, auf die ich in letzter Zeit gestoßen bin, das war eine riesen Enttäuschung für mich. Also als Mensch. Auf Atheismus TV haben wir ja eine Sendung zu göttlicher Moral gemacht, die aufgezeigt hat, wie wenig von den ganzen Behauptungen von Theisten übrig bleibt. Wenn man mal genauer hinzieht, was die behaupten. Glaubt jetzt jemand, dass der verbissene Kern der Gläubigen das interessiert? Nein. Und trotzdem werden wir anscheinend immer toleranter gegenüber der Intoleranz dieses harten Kerns. Eines Kerns, der autoritär agiert und strenge Hierarchien hat, wo Herausforderungen und kritische Fragen unerwünscht sind. Ganz im Gegenteil zu jemandem wie mir oder Wissenschaftler generell. Und hier bei Apologeten, bei Religionen und den Göttern, da werden Andersdenkende meist verurteilt und bedroht und genötigt, aber zumindest zensiert. Und wir hingegen, wir bleiben nett und aufgeschlossen, während um uns herum immer weniger Säkularität oder Säkularismus übrig bleibt. Da zwar immer weniger Jesus und Mohammed Anhänger rumlaufen, die Verbleibenden aber immer mehr Krach machen und immer absurdere Forderungen stellen. Damit bleibt auch immer weniger Humanismus übrig. Einem Apologeten geht es nicht um Menschen, sondern nur um seine oder ihre Ideologie, die Ideen, egal ob gut oder schlecht. Und ich finde es schockierend, dass Menschen mit Götterglauben ganz selbstverständlich den Missbrauch von Frauen und Kindern tolerieren, wenn nicht sogar gut heißen. Anders kann ich mir die Situation nicht erklären, die wir heute vorfinden. Kinder werden en masse missbraucht und die christlichen Kirchen schweigen. Es gilt immer noch ein Kondomverbot bei den Katholiken, die Diskriminierung von Frauen und das muss man sich mal vorstellen. Ungläubige dürfen nach wie vor in katholischen Einrichtungen keine Ämter innehaben oder dort überhaupt arbeiten. In anderen Industrien wäre das Diskriminierung und ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Aber die gottbasierten Firmen, die machen dann auch fromm und heilig und berufen sich auf die verbriefte Religionsfreiheit. Da passen dann die weltlichen Gesetze plötzlich. Und Religionsfreiheit, für mich bedeutet das auch immer Freiheit von Religion. Nur wo bleibt die denn? Warum haben gerade die schlimmsten Firmen, die unmoralischsten Firmen, also Kirchen und andere religiöse Institutionen, warum haben die einen Freibrief und dürfen gegen alle geltenden Gesetze verstoßen? So wie eben die katholische Kirche und der Islam. Beide diskriminieren sowohl gegen Frauen als auch Minderheiten und mischen sich ständig in die Politik und geltende Gesetze ein, weil sie ja fest glauben, blind glauben, dass ihr Gott existiert und es besser weiß. Besser als menschliche Gesetze sind dann in deren Augen göttliche Gesetze und egal wie inhuman die sind. Und gerade jetzt in 2022 habe ich einen Christen erlebt, der behauptet, sein Idol würde in alten Schriften erwähnt werden. Das liebe Jesulein, was als Gottheit sich selbst gezeugt hat, um dann neben sich auf einem Thron zu sitzen, in einem Himmel. Und dieser Jesus soll nicht nur im Neuen Testament erwähnt sein oder im Koran, nein auch in römischen Berichten aus Rom, 100 Jahre später, 2000 Kilometer entfernt, so wie hier in diesem Bericht. Und hier haben wir jetzt dieses Schriftstück, das als Beweis für die Existenz von Jesus herangezogen wird. Und dies ist dann dieser Abschnitt, um den es geht. Wirklich? Echt? Erwähnt Tacitus einen Jesus? Nein, das tut er doch nicht. Wir können es ja alle lesen. Taucht hier irgendwo der Name Jesus auf? Nein. Alles, was hier geschrieben steht, ist, dass ein Christus, ein Messias, ein Gesalbter, also der Titel eines Menschen, denn Christ oder Christus, das war ja kein Name. Und das dient jetzt als Basis für die Namensgebung der Christen. Die folgen also einem Gesalbten mit dem Namen Jesus, Jesus Sohn des Josef. So wie ein Jedi als Namensgeber von Jediismus als Basis dient. Oder ich sage, völlig obskur, Maradona, der Namensgeber, der Maradona-Kirche ist. Gibt es alles. Aber woher kommt denn diese Erkenntnis? Alles, was hier steht, ist, dass eine unbenannte Quelle das Volk etwas meint. Er hat gehört. Man sagt, es wird gemunkelt. Gerüchten zufolge. Es heißt, naja, und man erzählt sich der Legende nach. Ach, Mann, was soll ich hiermit anfangen? Wie verzweifelt muss man sein, um so etwas von sich zu geben? Er erwähnt Jesus. Ja, Tacitus belegt durch seine Schriften die historische Existenz von Jesus. Warum er für Christen relevant ist, ist, weil er in seinen Analen einmal Jesus erwähnt. Erwähnt. Nein, er erwähnt Jesus nicht, sondern Christus. Das Tacitus nicht von Jesus schreibt. Er schreibt Christus. So, und jetzt hat er, ja, was denn jetzt noch? Erwähnt er jetzt Jesus oder Christus? Jesus oder nicht Jesus? Und alles, was ich sage, möglichst wahrheitsgemäß übrigens, dass kein Jesus erwähnt wird. So, mehr sage ich nicht. Sondern, dass vom Hörensagen her nur wiedergegeben wird, was Christen geglaubt haben. Eben 100 Jahre später, 2000 Kilometer entfernt. So hat sich das rumgesprochen. Und wie die Jeddianer etwas glauben. Hat daher Luke Skywalker gelebt? Nein. Also bloß, weil es einen Namensgeber der Christen gibt, heißt das noch nicht, dass Jesus als Person existiert hat. Wenn ich mir jetzt überlege, wie das Wenige zustande kommt, was da steht, dann kann das doch nicht auf uns bekannten römischen Quellen beruhen. Weil es keine römische Quelle gibt, die einen Jesus erwähnt. Obwohl die Römer sonst so ziemlich alles dokumentiert haben. Und dazu kommt, dass ein Römer wohl kaum von einem Gesalbten, einem Messias gesprochen hätte, einem Christus. Wohl aber einer der Kirchenväter. Die Apologeten aus dieser Zeit. Die das gefälscht haben könnten. Diese Stelle ist ja auch von keinem anderen bemerkt worden. Obwohl andere sich auf diesen Passus mit Nero bezogen haben. Also Tacitus als Quelle nehmen. Aber ohne den Satz mit dem Wort Christus zu erwähnen. Und das ist ja dann genauso wie auch bei Josephus. Das passt einfach nicht hier rein. Das unterbricht den Redefluss. Das ist wie ein Zusatz, wie so ein Blinddarm. Und andere, die eine historische Analyse des Christentums vor 1500 Jahren schon gemacht haben, die wussten auch nichts von diesem Satz. Noch nicht einmal Eusebius, ein Extremapologet in meinen Augen, der ganz klar gesagt hat, dass die Verteidigung seines Gottes einen höheren Stellenwert hat als Ethik und Ehrlichkeit. Und trotzdem gibt es keine einzige Quelle, die eine Existenz des Jesus aus dem Neuen Testament oder dem Koran in irgendeiner Form belegt. Wenn ich als Christ oder christlicher Apologet nicht weiter über natürliche Phänomene nachdenken möchte und einfach nur sage, Gott war es und ein Gott-Virus behindert rationales und kritisches Denken, dann suche ich mir doch auf jeden Fall jemanden oder irgendetwas aus, was mich auch wirklich repräsentiert. Was ich auch darstellen kann. Dann nehme ich doch nicht eine Fantasiefigur, die dann auch noch brutal, unmoralisch, grausam, gemein und einfach nur böse ist. Und dazu dann ohne Belege für dessen Existenz. Und ich beanstande hier, dass die extrem außergewöhnliche Erscheinung von dem Jesus aus dem Neuen Testament und dem Koran nicht durch außergewöhnliche Belege unterfüttert wird, sondern nur so vage. Naja, man sagt, dass ein Christus der Namensgeber der Menschen war, die sich Christen nennen. So bloody what? Aber wenn er eine andere Quelle hatte, wer war denn die Quelle? Ja, aber gibt es denn verlässliche, außergewöhnliche und außergewöhnlich verlässliche Quellen? Wer war denn dann die Quelle? Genau, was für Quellen liegen diese außergewöhnlichen Behauptungen zugrunde? So, natürlich, das können wir jetzt nicht wirklich beantworten, weil er die Quelle nicht nennt. Aber wir können ein bisschen spekulieren. Aha, es gibt also keine Quelle. Wir haben nichts. Null. So zero. Und was machen wir also? Naja, wir spekulieren. Na klar, wir spekulieren. Und wir basteln uns dann einen fiktiven Beleg für eine fiktive Existenz eines fiktiven Jesus. Ey, was macht ihr Apologeten hier? Mehr fällt ihm nicht ein? Wo bleibt da die Moral, auch wenn sie nicht objektiv ist? Die Integrität. Ist das eine konstruktive und verlässliche Vorgehensweise? Ist das ethisch korrekt? Spekulieren? Und ich habe diesen Apologeten gefragt, ob er, also er persönlich, wenn er in der Arche sitzen würde, ein hilflos strampelndes Baby aus den Fluten retten würde. Oder es noch ein paar Stunden so leiden lassen würde. Wenn es dort Babys gegeben hätte, die neben dir paddeln, würdest du die noch ein paar Stunden foltern? Oder würdest du sagen, ich schicke die jetzt sofort in den Himmel. Was würdest du machen? Was hat dieser Jesus-Anhänger wohl geantwortet? Was für eine Antwort würde man denn von einem Menschen erwarten, der Jesus verehrt? Derjenige, der jetzt hier zuschaut. Was würdest du machen? Nein, ich habe dazu keine Aussage getroffen. Er drückt sich vor eine Aussage. Er würde also nicht sofort helfen. Er würde nichts machen. Er würde ein Baby sich selbst überlassen, weil ja sein geliebter Jesus so lieb, barmherzig und liebevoll ist, ein Baby stundenlang zu foltern. Also macht er das auch. Würdet ihr euch schämen? Na, ich schon. Ist das wirklich, was Götterglauben mit Menschen macht? Wo bleibt denn die christliche Moral? Wo bleibt denn die so laut gepriesene, objektive Moral der Islam-Apologeten? Müssen Menschen wirklich alles glauben und ganz toll finden, was die Götter so machen, egal wie unmoralisch das ist? Warum verachte ich diese Gottesfigur und der Apologet nicht? Was trennt uns hier? Warum kann ich unmoralisches Handeln dieser Gottesfigur verurteilen und der Apologet bringt es nicht über die Lippen, das ebenso zu tun? Ein normaler Mensch kann das, der Apologet nicht. Ein normaler Mensch würde ein Baby entweder retten oder sofort in den Himmel holen oder was auch immer. Aber ein normaler Mensch würde ein hilfloses Baby nicht unnötig leiden lassen. Ein Apologet schafft das nicht. Ein Apologet diskutiert über die Größe der Flut, anstatt sich um Menschen zu kümmern. Die weiße Weste ihres widerlichen, unmoralischen Gottes ist denen anscheinend wichtiger. Ich habe vor wenigen Tagen dem bekannten Islam-Apologeten Anas, der früher bei ImanTV war, dem habe ich ein Gespräch angeboten, von Mensch zu Mensch, über Pizza, Kuchen und Kino. Nicht Islam und vor allem ohne Streit. Aber alles, was da zurückkam, war die Aufforderung, ich soll ihm 30 Euro zahlen. Ey, das ist unglaublich. Wovor haben die nur solche Angst? Warum können die nicht einfach ehrlich sein? Ein gerechter, gütiger und barmherziger Gott kann doch die eigene Kreation nicht bestrafen und bis in alle Ewigkeit foltern, nur weil diese so gelebt hat, wie durch eben diesen Gott gewollt war. Oder hat sich dieser Gott bei mir geirrt? Ein Gott, der sich irrt, der bereut, etwas in seiner Allwissenheit getan zu haben. Das kann doch kein kompetenter, fähiger und mächtiger Schöpfer, Schrägstrich Gott, sein. Warum gehen Götter nicht dahin, wo sie hingehören, ins Museum? Warum gehen Götter nicht indem? Musik 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 Musik